Hallo, wir grüßen aus Basila in Benin vom großen Haus der Ani-Sprache. Unser Team hier möchte euch Ani beibringen. Wir wollen vor allem ein bisschen lernen, Ani zu sprechen. Und wir wollen das aber in kleinen Portionen machen, sodass man sich das auch wirklich merken kann. Viel Spaß dabei! Heute in der ersten Lektion wollen wir lernen, wie man sich selber vorstellen kann und wie man jemand anderen nach seinem Namen fragen kann. Dafür gibt es auf Ani mehrere Möglichkeiten und für den Einstieg heute haben wir die einfachste ausgesucht. Das ist ein ganz einfacher Satz. Ich bin Amina, ich bin Muniru. Also da kann jeder seinen eigenen Namen einfügen. Das Amu ist ein Personalpronomen, das heißt Ich, aber das ist nicht das normale Ich, sondern das ist ein betontes Ich. Und das Na ist aber nicht das Verb Sein oder Ich bin. Das Na ist ein Fokalisierungspartikel, das ist eine Grammatik, die es im Deutschen nicht gibt. Also es heißt sozusagen, es bin ich Amina, es bin ich Muniru. Und auf Deutsch sagt man das so nicht, aber auf Ani ist das die natürliche Art und Weise, wie man sich ganz einfach vorstellen kann. Als nächstes wollen wir die Frage stellen, wer ist das? Das ist die ganz einfache Frage, wer ist das? Anga ist das Fragewort und das heißt wer. Und das Na ist wieder der Fokalisierungspartikel, den wir gerade schon kennengelernt haben. Und in der Antwort sagt man dann einfach den Namen und fügt dann hinten das Na an. Und als letztes für heute haben wir die Frage ausgesucht, wie man jemand anderem nach seinem Namen fragen kann und wie man selber darauf antwortet. Bei heißt wie, Na ist wieder unser Fokalisierer. Und Akinjeda heißt dein Name. Da drin verstecken sich zwei Wortpartikel. Njeda heißt Name und Aki ist das Possessivpronomen. Und im Ani klebt man die Possessivpronomen vorne an das Nomen dran und die verschmelzen zu einem einzigen Wort. Also wie, Fokalisierer, dein Name. Und die Antwort dann wieder mit dem Amona. Ich Fokalisierer und dann nennt man seinen kompletten Namen. Und im Ani ist es so, dass die Nachnamen oder der Nachname und der Vatersname als erstes kommen und dann erst der Vorname. Im Deutschen sagt man ja Hans Müller und Hans ist der Vorname, steht vorne und Müller ist hinten. Im Ani ist es andersrum. Da würde es heißen Müller-Hans. Und dann würde man auf Ani auch noch den Namen Müller komplett in Großbuchstaben schreiben. Auf Ani werden die Nachnamen und die Vatersnamen komplett in Großbuchstaben geschrieben. Und die Vornamen fangen mit einem Großbuchstaben an und werden dann mit Kleinbuchstaben weitergeschrieben. Jetzt kann ja mal jeder gucken, wie sein eigener Name dann auf Ani gesprochen würde. Wenn man die Frage stellt, Beina Akingida. Jetzt kann jeder mal für sich antworten. Amuna. Und hier ist die Wortliste für die Wörter, die in unserer heutigen Lektion vorkommen. Amu. Ich, das ist das betonte Ich. Na. Das ist der Fokalisierungspartikel, der vielleicht übersetzt werden könnte mit Es ist. Amina. Das ist ein weiblicher Vorname. Muniru. Das ist ein männlicher Vorname. Und hier haben wir die beiden Fragewörter, die wir heute gelernt haben. Das erste heißt Ange. Wer. Bei. Wie. Und dann haben wir hier das zusammengesetzte Wort. Akingida. Das bedeutet dein Name. Das besteht aus den zwei Teilen. Ake. Dein, das ist das Possessivpronomen. Und Iida. Das ist das Wort für Name. Zum Abschluss heute noch ein paar Erklärungen zu den Buchstaben oder zu den Schreibweisen, die es so im Deutschen nicht gibt. In dem Wort haben wir hinten den Buchstaben O. Das ist also kein U. Das ist ein U. Und in der Schreibweise sieht man, dass das zwei Ohren oben hat. Dann sehen wir in den beiden Namen ein doppeltes I. Amina mit zwei I und Muniru mit zwei I. Im Ani schreiben wir den Vokal doppelt, wenn er lang ist. Im Deutschen gibt es ja die anderen Sorten von der Längung mit dem H oder dem E. Aber auf Ani wird grundsätzlich der Vokal verdoppelt geschrieben, wenn er lang ist. Dann in dem Wort Ange haben wir in der Mitte einen Buchstaben, den wir im Deutschen auch nicht kennen. Das ist das N. N. Das ist also ein N, was hinten im Rachen gesprochen wird. Wenn ihr eure Hand auf eure Kehle legt, dann sprecht das mal N hinten aus und dann spürt man das ein bisschen vibrieren. Das ist also das N mit dem Häkchen unten dran. Und in dem Satz haben wir dreimal einen Buchstaben, den wir im Deutschen nicht kennen. Das ist ein kleines I. Das ist nicht I, das ist I. Das hat keinen Punkt und das hat hinten ein Schwänzchen. Also der kommt vor als letzter Buchstabe in dem Wort und zweimal im Wort Inneren von dem Wort. Das ist also ein E. Und in dem Wort haben wir dann noch das Ani D. Das spricht sich genauso aus wie das deutsche D, aber beim Schreiben muss man darauf achten, dass es ein Schwänzchen hat. Wir haben noch einen anderen Buchstaben in dem Wort. Der letzte Buchstabe, der sieht aus wie eine umgekehrte Drei. Das ist der Ani-Buchstabe für Ä. Was wir im Deutschen also mit dem A mit den zwei Punkten draufschreiben würden, schreiben wir im Ani mit dieser umgekehrten Drei. Das ist der Buchstabe Ä. Und noch ein Wort zur Schreibweise von dem U. Auf Ani gibt es das U genauso wie im Deutschen. Und wer die Ani-Namen auf Französisch geschrieben sieht, sieht sie oft mit OU geschrieben, da wo das Französische eben das OU braucht für die Aussprache vom U. Aber insgesamt werdet ihr merken, dass die Ani-Schreibweise eigentlich sehr einfach ist. Denn im Prinzip wird jeder laut mit einem Buchstaben geschrieben. Und man muss sich nicht die ganzen Buchstabenkombinationen merken wie im Französischen. Also eigentlich aussprechen, was auf der Seite steht. Und manche Buchstaben werden dann im Laufe der Jahre verschluckt. Jetzt haben wir hier nochmal alle Sätze aus der Lektion zum Nachsprechen. Wir sprechen den Satz oder den Satzteil immer einmal vor. Dann lassen wir eine kleine Pause zum Nachsprechen. Und dann kommt es nochmal von uns ausgesprochen, damit ihr eure eigene Aussprache vergleichen könnt. Amona Muniru Amona Muniru Amina na Amina na Amina na Muniru na Baye na Baye na Ken Yeda Baye na Ken Yeda Amona Akime Salifu Amina Amona Akime Salifu Amina Baye na Ken Yeda Baye na Ken Yeda Amona Ale Musa Muniru Amona Amona Ale Musa Muniru Amona 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 Na Na Anah 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 Baye 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 Amona Amona Anah 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 Das wichtigste am Sprache lernen ist das ausprobieren. Das ist die Praxis. Wir können euch hier so viele Lektionen vorbereiten. Wenn ihr es nicht ausprobiert, wenn ihr es nicht selber macht und sprecht über die Woche, dann können wir euch gar nicht helfen. Also die Hausaufgabe für diese Woche ist, dass ihr überall euch vorstellen geht mit ich bin und euren Namen sagt, dass ihr alle möglichen Leute, denen ihr begegnet diese Woche, fragt, wie heißt du? Und dass ihr ganz viele Leute fragt, wer ist das? Wer ist das? Probiert es aus. Nur so könnt ihr nach und nach wirklich Ani sprechen lernen. Und vielleicht denkt ihr ja, das ist ja noch gar nicht so viel. Wir halten diese Lektionen bewusst klein, damit ihr wirklich die Sachen verinnerlichen könnt. Denn es nützt überhaupt nichts, wenn ihr ganz viele verschiedene Sachen seht und die dann nicht umsetzt und wirklich übt und ausprobiert. Probiert es doch auch mal auf WhatsApp mit euren Familien in Basila oder in der ganzen Welt. Viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020